Du gehst dann abbrechen, ist egal Okay, brech ab Ich brech jetzt auch auf der Person auch ab Ohne Witz Ey Ohne Scheiß, man Ehrlich? Hä, gibt's Overwatch überhaupt noch? Oh lol Ohne Witz Ich schon, ja Let's go, Boys Joa Das ist ja, du kannst doch Wenn ich das schaffe, will ich ihn ordnen Die Frage ist ja, was mit dem Typ du hast Was? Ey, ne, niemand Hahahaha 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 Oh mein Gott Hahahaha 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 Der ist jetzt mad One tap Hahahaha Hör doch auf damit, man Wurf doch nicht so weg Sight one Good job Hör Ich bin so kacke Ohne Witz! Danke. Schön. CT-letzter. Ich renne zurück, nein. Ich hab keine Muni mehr. Scheiße. Äh, links drin. Verlaufen nicht. Die Zeit ist knapp. Mario, die Zeit ist knapp. Oh, oh, shit. Warum weiss das nicht? Übermorgen. Du musst heute das sein, weiß ich. Aus meiner Sicht. Eieieiei. OneTap. OneTap. Ich will auch solche OneTaps drücken können. Plus Eins. Du musst das so denken. Manchmal drück ich den ein oder anderen OneTap. Ich nicht. Dafür kann ich nicht sprayen. Ich bin immer Getreide. Moven. Und reden. Ja, reden kann ich auch nicht. Alter. OneTap. OneTap. Alter, ist der dumm, Mann. Hmhm. Hahaha. Der Typ. Hahahahaha. Fuck, safe. Hahahaha. Links wegen Zeug. Im Moment hab ich diesen Namen. Hahahaha. Hahahaha. Das ist der Name. So, ich geh jetzt einfach in Kappas, in Kappas, in Cupcakes. So, da schreibt jetzt safe, hahaha. I call it. Popdog. Ah, 62 in 2. Oh. Oh, der ist jetzt mad. Quitt, wie? Da hab ich jetzt wohl damit zu den Kappas. Nein! Hey! Ey, du hast das Spiel! Das war zum Beispiel dieses Teil. Ach soo! Das war für die Welt? Ne, bleib bei der Bison! Daher heißt der Bison, der heißt der... Ne. Nicht bra, dann. Ich geh jetzt kacken! Ah, schade! Ich geh jetzt kacken! Ich geh jetzt kacken! Ey! Ich weiß nicht wie! Oh, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ja! Kommt drauf! Wie kackt noch mehr rum? Niko, wenn du was klippen willst, dann lasst du dich mal! Niko, wenn du was klippen willst, dann lass ich mal! Boah! Schön, Leute! Ich hab never opsjukt einen Feuerwehr! Uiiiiiiiii... War das dumm! Äh, Joll! Fahrt Ich hab noch ne mate gewesen. Ah geiler lag äh ich hab ohne witz was ist gerade passiert ja Luca ist ein Anti-Made schlieger man die habe ich bekommst auf dir seid ihr kauf rechts ich bin so retard das schaue ich nicht zu saven bin mir ziemlich sicher bald einstädter schau dir meinen Rang an und dann sucht ihr es nochmal ohne zu lochen Kaga du bist global naja man kann für global ah das ist dann war weiter die perfekte Klaus boah ja jetzt schon schau dir ja ich hab's auch nicht so nicht so nicht so langsam glaube ich echt dass ein Diego Spongebot ist oh no shit bruh juhuui krass 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 was macht ja sorry ich wurde halt geflasht von dir ich gehe jetzt kacken